Das sind zu viele, das sind aber solche, die kriegt man glaube ich leichter nieder. Wird gemacht! Ausbau abgeschlossen. Wird gemacht! Fertig, Meister! Eine eurer Helden wird angegriffen. Wie ihr wünscht. Ja, Herr! Attacke! So, dann ärgert die mal. Ja, oder die gehen nicht schneller nieder. Ausbau abgeschlossen. Fertig? Sehr schön. Dann haut der die Flauter weg. Wir werden sieben. Dann ist die nächste Karawane geschützt. Zack, zack, das geht ja. Das Gebäude ist ausgebaut. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Wir kümmern uns darum. Wir kümmern uns darum. Aber gern. So, die müssen hier durch. Betrachtet die Sache als erledigt. Ja, wir können jetzt mal gucken, ob hier irgendwo noch was rumsteht, was wir gesehen haben. Ja, da oben irgendwo. Wird gemacht! Aber ich glaube... Ja, ist gut! Das waren alle Wegelagere also weit. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja. Schön! Gut! So, dann könnt ihr jetzt ein bisschen zurückziehen. Perfekt! Damit dürften die Karawanen jetzt durchkommen. Das ist schon mal viel wert. Und das Gebäude ist nur noch hier unten ausgebaut. Zum Gegenangriff. Blasen. Och, er hat Blasen gesagt. Ja! Jetzt wissen wir mal, da kommen sie auch schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Händler. Wenn wir jetzt mal gucken. Die müssten jetzt hier unbeschadet durchkommen. Durch meinen Turmwall. Ja, ist gut! Ja! So, hier könnt ihr mal ein bisschen kuscheln. Ja! Kuschelt mal am Viereck. So, fahrt! Jupp! Jetzt aber! So! Da kommen sie! Dann warten wir den Moment gerade mal ab und genießen mal hier, wie die Händler hier durchs Land zockeln. Ja, ohne dass hier irgendjemand aufhält. Und hier hinten wird sie auch nichts mehr aufhalten. Wunderbar! Wird gemacht! Gut! Dann kann der Pilgrim jetzt hier mal gucken, wie das hier hinten aussieht. Wie ihr wünscht! Aha! Ja, ist gut! Wird gemacht! Wird gemacht! Wenn ihr weint, betrachtet die Sache als erledigt! Wie weit wir sie ziehen können! Wie weit wir sie ziehen können! Betrachtet die Sache als erledigt! Äh... Gut! Bis zur Brücke und weiter gehen sie nicht! Ja! 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 Ist gut! Dann stellen wir denen hier noch ein bisschen was entgegen. Mäh! Wunderbar! Das klappt ja! Es regnet! Ach, wie eklig! Kann ich eigentlich jetzt an der Stelle gleich nochmal speichern. Nur zur Sicherheit. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Jetzt zum Beispiel... Falls nochmal irgendwas schief geht hier, können wir direkt überschreiben. Das ist okay. Warenladungen. Das Gebäude ist ausgebaut. Schöne kleine Warenladungen. Ach, wie nett! Fertig! So, das bauen wir nochmal aus. Ihr verzieht euch wieder dahinter. Und Pilgrim lockt die Feinde aufs Neue. Betrachtet die Sache als erledigt! Nichts lieber als das! Ist in Ordnung! Das Gebäude ist ausgebaut. Richtig gleich in den Busch. Ja! Achtung! Gleich macht es ranz! Wie ihr wünscht! Bam! Ein Held ist in großer Gefahr! Jawoll! Jetzt reicht's! Wird gemacht! Ahhhh! Töne ich nicht zu viel in der Mitte? Ja! Da geht's nämlich ruckzuck drauf! Wenn ihr meint! Das bringt's nämlich dann auch nicht! Ja ist gut! Ja! Ja! Okay! Die sind aber so stark nicht! Die Sonne kehrt zurück! Es wird Sommer! Es wird Sommer! Das erste Mal im Leben! Es wird Sommer! Dafür sind wir genau die Richtigen! Das allererste Mal! Und als ein Mann sich die Sonne aufgeht! Denn es wird Sommer! Da steht sie schon! Es wird Sommer! Da steht sie schon! Pilgrim liegt bewusstlos auf dem Schlag! Ihr werdet angegriffen! Ach du Scheiße! Sie sind stark! Na komm schon! Euer Wunsch ist mir befehlt! Wird gemacht! Da mach ich Verluste! Bis in den Tod! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern! Ja jetzt ist auf der Turm hier vorne noch! Aber... Zack! Zack! Ja Herr! Attacke! Dass sie abballern müssen um den niederzukriegen! Nicht übel der Kollege! Ergreift sie! Ja! So! In Ordnung! So wir gucken, dass wir uns hier ein bisschen verteilen! Feinde greifen euch an! Nur Mut! Wir werden sieben! Sehr gut! Ja, Klinger weg! Attacke! Dafür sind wir genau die Richtigen! So, jetzt kommt ihr immer ein bisschen hier ins Land rein! Wir kümmern uns darum! Bis in den Tod! Macht sie nieder! Und jetzt haben wir diese Kirschenruine weg! Und damit wäre auch diese Aufgabe... Zeigenbrüche ist der Schritt! Das ist natürlich unangenehm! Darum kommt schon wieder die nächste Karavane! Da 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 da! Da 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 da! Tuff! Da 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 da! Und... Ihr habt eine... Der Anführer will euch sehen! Geht zu ihm und sprecht mit ihm! Jawoll! Das mach ich doch gerne! Meine Armee lass ich hier mal stehen! Der Tag der Abrechnung! Ich denke mal... Steuern und Sollt werden gezahlt! Ich will mir hier ein bisschen die Gegend bewachen! Weil jetzt ziehe ich sie... Eigentlich ist es besser sie zurückzuziehen, denn wenn hier was passiert... Ja, Herr! Dann sind wir lieber so da hin! Denn die Brücke ist sicher... Das ist... Die kann ich... Eigentlich getrost... Wirklich hier hinstellen! Dafür sind wir genau die Richtigen! Denn hier kommen die nicht durch! Wenn ich jetzt hier genau in diese Leere stelle... Ja... Nach die ganzen Scharfschützenpostiere... Die sie ja so direkt auch nicht angreifen könnten... Außer vielleicht mit Bogenschützen! Ja! Kann da eigentlich nichts mehr passieren! So, Pilgrim! Führt die Karawane an! Ah, jetzt biegt er links ab! Die Karawane... Die Karawane biegt rechts ab! Die Pilgrim biegt links ab! So... Wollte ich das gesagt! Haben! Und haben ist immer gut! Ist besser als soll! Weil... So wie ich das gesagt soll... Klingt scheiße! Deswegen ist haben immer besser als soll! So! Macht jetzt keinen Sinn, was ich da erzähle! Ja! Ist aber auch egal! Dient nur der... Überbrückung der... Letzten kurzen Zeit! Die Pilgrim braucht... Gut! Wir jetzt laufen! Mit Waag zu reden! Wir sollten Kontakt zum Feind aufnehmen, um herauszufinden, wie viele es sind! Okay! Schick ihm eine Mail! Hier ist ein mal Feind! Äh... Hashtag Krieg! Wie viel hast du denn so? Hier ist die Grenze zu ihrem Land! Wir sollten uns umsehen und alles zerstören, was wir unterwegs vorfinden! Nun gut! Wenn dies denn der Wille des Rates ist, so wird Pilgrim sich anschließen! Nehmt einige meiner Männer mit, wenn sie eingreifen sollen! Sprecht mit Doruk! Jawoll! Wo bin ich denn? Ja, wo bin ich denn daheim? Sagen Sie mal! Da! Betrachtet die Sache als erledigt! Ob das auch so über Menschen sind jetzt? Doch, ich komme hier hinten auch wieder runter! Dann müssen wir jetzt hier durch dieses Land ziehen! Ne, ich schicke jetzt nicht meine Soldaten vor! Das wäre leichtsinnig! Da 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 steht Toruk! Was sagt mir Toruk? Wie ihr wünscht! Auf geht's Männer! Gut! Wer zuerst da ist! Bleib eigenen Hack noch alles weg, was hier umsteht! Das ist eigentlich ziemlich egal im Moment. Ich könnte jetzt aus Langeweile hier noch die Dinger ausbauen, aber ich guck mal lieber, wenn ich mich den Feinden nähere, ob ich nicht vielleicht noch ein paar Türme bauen muss oder will oder wie auch immer. Das ist jetzt nicht, wo Pilgrim lang rennt, aber da hinten sich halt auch irgendwo rum. Ja, da ist er. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. So, bringen wir uns in Stellung. Sollte Musik In Ordnung. Okay. Folgt diesen Männern. Sie führen euch zu eurem Ziel. Und willst du viel, folgt zum Ziel. Das sind wir doch alle. Wie ihr befehlt. Wie ihr befehlt. Oh nein. Ein Steinblock für... Gleich macht es Raps. ...sperrt uns den Weg. Wir können nicht weiter. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Ein Felsen liegt auf dem Weg. Wir können nicht hinaus. Oder doch? Ja, bitte helft mir. Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Und eine Mitreisende wurde verschleppt. Nun wollen diese Barbaren irgendein Ritual mit ihr vollziehen. Ich glaube, sie wollen sie ihrem Gott opfern, um sieben Jahre Pech zu beenden. Oder sowas ähnliches. Bitte rettet sie. Ist sie... Ist sie hübsch? Hä? Ist sie hübsch? Und, äh... Das soll jetzt keine indiskrete Frage sein. Aber... Ist sie eine Jungfrau? Beräugt euch. Ich werde tun, was ich kann. Dafür sind wir genau die Richtigen. Das ist jetzt wieder der Pilgriming, der ist... Ja, der ist jetzt natürlich wieder zurückgerannt, weil er mich aufgehalten hat. Ich tue mein Bestes. Eine eurer Verbündeten steckten Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ja, sehe ich. Ja, ergreift sie. Dann fallen wir mal aus allen Rohren. Boah, sie sind auch stabil. Das ist unglaublich. Aber gut, meine Verbündeten gehören auch zu dieser stabilen Sorte. Dementscheinend ist es ausgeglichen. Eigentlich ist es nicht ausgeglichen. Eigentlich bin ich eine ziemlich fiese Übermacht. Aber gut. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, da versteckt sich noch einer. Hier sind noch zwei. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Und hier sind noch zwei. Oh, wir haben einen erwischt. Sie haben auch drei sind das sogar noch. So, alle gegen den. Wir werden siegen. Alle gegen den. Und alle gegen den. Und da steht ein bescheuert der Bischof. Der macht komische Sachen. Und jetzt hat er sich verzogen. Da steht Yuki. Da wird jetzt die Frage beantwortet, ob sie hübsch ist. Eigentlich schon. Ja, Yuki ist schon ganz hübsch. Das haben wir gleich. Keine Angst. Ich verstehe was davon. Wo habe ich sie nur schon wieder hingesteckt? Hat jemand meinen Sprengstoff gesehen? Oh. Stand da nicht gerade noch ein Laboratorium? Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Was er weiß. Man kann raus. Forever. Dad. 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 Vielen Dank.